Hallo liebe Familien, hier ist Anja vom Beach Inspector und ich melde mich bei euch aus dem Osten Mallorcas. Ich bin hier gerade am Playa Sacoma. Das ist ein 700 Meter langer Strand und der ist auch ziemlich breit. Es ist hier wirklich sehr schön, weil es ist ziemlich weicher Sand und man sieht hier super viele Kinder im Sand spielen und Burgen bauen. Ansonsten können die Kids hier auch sehr gut bespaßt werden. Es gibt super viele Rettungsschirmer, die gerne auf eure Kids aufpassen. Ihr könnt Tretboot fahren, Bananaboot mieten oder selbst auch mal Parasailing oder Jetski ausprobieren. Es gibt hier drei Einstiege ins Wasser für Wassersport und das lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ihr hier seid, könnt ihr auch gleich euch in die anlegenden Hotels einbuchen. Da gibt es einige davon und könnt die Promenade lang flanieren. Das ist nämlich ziemlich schön dort. Es gibt einige Palmen, die euch Schatten spenden.